Was hast du da? Es ist eine Tat, die schockiert. Die erbliche Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe. Kopfscham und Achselhaare. Grotgewebe, vielleicht Geruch. Ein Trophäenmord. Herr Staatsanwalt, ziehen Sie sich das an. Das gesamte Gelände wird sofort durchsucht. Mit allen Leichnungen, die zur Verfügung stehen. Ihr war ein Meister an Werk. Ob der Täter aus dem persönlichen Umfeld der Sängerin kam, lässt die Polizei weiterhin offen. Die Fahne bleibt auf Hochtür. Vielleicht war es ja auch eine ihrer ganzen Männer. Mit Seligart den anderen vom Internat war sie ganz eng befreundet. Wir haben da so eine Art Geheimclub gegründet. Warum ging es da? Riechen. Ja, wir haben auch versucht Gerüche einzufangen. Im Achselgewebe befinden sich Duft- und Schweißdrüsen, ebenfalls im Intimbereich. Man könnte diese Drüsen extrahieren, damit ein viel stärkeres Parfüm herstellt. Wer begeht für sie die Morde? Verdächtige Sie alle, selbst Eleanor Seliger. Was ist für Sie die Tat? Schau mich an. Das Beste ist, wir erzählen alles. Was hast du mit ihr gemacht? Das kennt man doch. Das ist die Geschichte von diesem Kanun, der sich ein Parfüm baut aus Frauen, die ermordet werden. Ein Parfüm, das macht, das einen jeder liebt. Vor wem haben Sie am meisten Angst? Wie viele sollen noch getötet werden? Was ist die Wahrheit? Vor wem haben... Das gibt drei Jahre... Das geht um. Und Sie werden... Di Ice confessieren... Vielen Dank.